Wir haben viel an der Börse von Nvidia, All-Time-High bis hin zu Walt Disney, 10-Jahres-Low. Also das heißt, an der Börse passiert gerade vieles, was wir einfach nicht erahnen können. Und damit herzlich willkommen und ich möchte mit euch gemeinsam ein neues Format ausprobieren. Und zwar möchte ich gerne wöchentlich mit euch den Markt anschauen und gleichzeitig dabei mein Portfolio, meine Neuzugänge, aber auch Optionen und andere Dinge, die gerade laufen, mit euch gemeinsam anschauen. Ja, Nvidia ist gerade aktuell eines der Unternehmen, was in aller Munde ist und meiner Meinung nach sogar vielleicht nicht schon komplett zu überbewertet ist. Ich meine, wir haben Artikel von der Bild, die über Nvidia tatsächlich Artikel schreibt und bespricht. Und das ist tatsächlich, ja, nicht gerade üblich, dass Aktien auf der Bild genauer beschrieben werden. Aber das ist einfach der Fall, denn Nvidia ist in aller Munde, vor allem seit den letzten Quartalszahlen. Denn Nvidia konnte seinen Gewinn um fast das Zehnfache erhöhen auf über 6 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich mal so überlegt, wie Nvidia die letzten Jahre natürlich performt hat, respektive was die wirklichen Zahlen sind, ist das natürlich unglaublich. Der Großteil dieses Wachstums besteht tatsächlich aus diesen sogenannten AI-Chips oder Chips, die für diese AI-Rechenzentren benutzt werden. Das ist dieses Grace Hopper, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Video, wo ich über Nvidia berichtet habe. Und das ist wirklich abartig. Das heißt, viele Kunden, sei das jetzt von Google bis hin zu Microsoft, setzen jetzt natürlich ihre Pferde auf diese Hardware, denn es geht um das AI-Rennen. Und Nvidia tatsächlich sind die, die davon am meisten profitieren. Das sieht man jetzt hier, Year-to-Date, haben wir bei Nvidia eine Rendite von 221%. Hätte ich am 1. Januar mein erstes Investment getätigt. All-Time-High war mittlerweile schon bei über 500 Dollar. Das bedeutet, pre-split gesehen wäre das bei 2000 US-Dollar pro Nvidia-Aktie. Ich meine, bei 1,14 Billionen US-Dollar Market Cap ist dieses Ding schon fast halb so groß wie Apple, fast so groß wie Amazon und macht bei weitem nicht diese Umsätze oder Gewinne, wie die eben genannten Unternehmen. Das heißt, es muss natürlich in diese Bewertung reinwachsen. Warum das so spannend ist, bei mir ist natürlich für alle, die es noch nicht wissen, Nvidia die größte Position mittlerweile und sie ist und bleibt die größte Position. Ich werde jetzt aktuell gerade nicht wirklich nachkaufen, aber ich werde auch nichts veräußern in diesem Moment. Das Ding ist einfach, und da bin ich ein großer Fan von, dass man auch Gewinner laufen lässt und wenn überhaupt, sich dann auch von gewissen Verlierern mit der Zeit trennt. Das habe ich ja auch erst kürzlich in meinem YouPortfolio getan. Da habe ich einige Sparpläne einfach mal pausiert und dafür das Geld in andere Titel investiert, respektive andere Sparpläne erhöht. Nvidia ist gerade aktuell für Leute, die jetzt neue Positionen aufbauen wollen würden, glaube ich, ein sehr, sehr heißes Eisen. Ich meine, man muss zu 460 US-Dollar, 500 US-Dollar, irgendwas in dem Bereich, je nachdem wie gerade der Markt ist, natürlich einsteigen. Und ich meine, schaut man sich mal diese Kurve an, ist das wirklich einfach nur eine Achterbahnfahrt. Also Nvidia ist definitiv nicht der Titel oder die Aktie, die irgendwie ein vorhersehbares Wachstum verspricht, sondern hier nimmt man die komplette Achterbahnfahrt mit. Ich weiß noch hier, Ende 2022, ziemlich genau vor einem Jahr, haben mir alle gesagt, hey Thomas, trenn dich endlich von Nvidia. Da musst du raus, damit du noch die Gewinne mitnimmst. Du kannst das Geld woanders besser investieren. Und natürlich, ich wusste es damals nicht besser, ich weiß es jetzt besser, genauso wie alle anderen, die mir das gesagt haben. Es war eine gute Entscheidung zu halten, aber es hätte genauso gut weiter nach unten fallen können und zum Beispiel auf ein Niveau von, keine Ahnung, 2013 fallen können, auf 2, 3, 4, 5 US-Dollar. Ähnlich wie das bei Disney der Fall ist, gerade aktuell. Aktuell notiert die Disney-Aktie bei 83 US-Dollar und das hat sie auch schon vor ungefähr 10 Jahren getan. Das heißt, man hat, wenn man die Disney-Aktie gehalten, hat seit 2013 kaum Rendite gemacht, weil natürlich auch die Dividenden nicht sonderlich hoch sind. Das ist schon relativ krass, wenn ich das so sagen darf. Ich selber bin ja tatsächlich auch Disney-Aktionär. Ich sehe dem natürlich etwas kritisch ins Auge, bin da schon länger Aktionär, frage mich, sind das jetzt vielleicht Einstiegskurse, weil wirklich, du hast Bad News zu Walt Disney. Sie machen das schlecht, jenes schlecht. Ja, die Übersättigung von Marvel-Serien, Filmen und meine Güte, was da nicht alles drum herum schwirrt um das ganze Thema Disney. Es braucht nur ein bisschen einen kleinen Ruck in die richtige Richtung, weil, ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr düster, was gerade aktuell Walt Disney angeht. Aber, das könnte halt auch wiederum ein Lichtschein sein, ein Turnaround. Ich persönlich werde definitiv an meinen Walt Disney-Aktien halten. Das sind die 130 Stück, die ich im Portfolio gerade aktuell habe. Wenn ich mir das auch angucke, bin ich mit diesen Aktien natürlich nicht sonderlich im Plus. Muss man hier natürlich an dieser Stelle festhalten. Wir können uns das gemeinsam anschauen. Ich habe hier tatsächlich 5.749 Franken Verlust bisher, weil ich sie für 15.338 gekauft habe und sie aktuell nur 9.589 wert haben. Ob ich jetzt hier nachkaufe, überlege ich mir allenfalls, denn ich könnte die Position auf glatte 200 erhöhen. Das heißt, ich könnte 70 hinzukaufen, damit ich dann auch jeweils zwei Optionen, zum Beispiel Covered Calls, drüber laufen lassen könnte und Co. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Aktuell laufen auch wieder wie immer bei mir Optionen, wie jeden Monat. Ich habe gerade aktuell noch einen Cash Secured Put auf Apple laufen mit einem Strike Price zu 177,50 Dollar. Dieser läuft noch bis zum 1. September, sollte also diese Woche auslaufen. Wenn die Aktie unter diesen Preis notiert, wird mir diese Aktie für den entsprechenden Ausübungspreis oder den Strike Price eingebucht, 100 Stück. Sollte die Aktie darüber notieren, wird die Option verfallen und ich habe 225,06 Dollar an Gebühren einkassiert und kann das Ganze nochmal spielen. So oder so wäre ich happy. Ich hätte gerne 100 Apple Aktien, aber an sich hätte ich auch gerne einfach nur die Prämie insgesamt und kann dann weitere Optionen laufen lassen. Auch das tue ich, um zusätzlichen Cashflow mit meinem Portfolio aufzubauen. Das ist auch wieder so ein Punkt, je größer euer Portfolio wird, umso mehr Möglichkeiten habt ihr mit eurem Portfolio, weitere Anlageprodukte zu verwenden, um euer Portfolio ertragreicher zu machen, mehr Cashflow zu produzieren, wie hier in diesem Fall mit Optionen, Covered Calls, Cash Secured Puts und Co. Die Voraussetzungen sind tatsächlich etwas größere Positionen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch auf Nvidia Covered Calls laufen lassen, aber macht in meinen Augen eher weniger Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir das ausgebucht wird, ist relativ hoch, weil einfach Nvidia so volatil ist und man gar nicht weiß, wo die morgen stehen können. Die könnte auch morgen bei 6,700 stehen. Ich meine, die meisten Analysten, wenn man sich das mal so anguckt, haben oder auch Banken, haben ihr Kursziel auf teilweise 600, 650 oder gar 680 erhöht. Absolut geisteskrank, absolut crazy. Und das ist einfach nur verrückt an dieser Stelle. Aber ihr seht insgesamt mein Portfolio und das ist auch wieder so ein Punkt, dass jetzt hier das Swissquote Portfolio auch hier, wir sind relativ konzentriert unterwegs. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein wollen würde. Ihr habt auch so ein bisschen gemerkt, auch dieses Jahr oder die letzten zwölf Monate, meine Strategie streamlines sich immer mehr und mehr und ich investiere tatsächlich immer konzentrierter und konzentrierter, auch wenn ich eine gewisse Diversifikation habe. Im U-Depot sieht man das noch viel, viel besser. Das ist das jüngste Portfolio, das neueste Portfolio, das ich hier aktuell aufbaue. Und auch da Lind & Sprungli, Meta-Plattforms, LVMH, Netflix, Unilever, das sind bereits diese Positionen, sind 50% von meinem gesamten Portfolio, es sind nur 5 Titel so gesehen. Und tatsächlich sehe ich mich tatsächlich auch im Swissquote Portfolio, dass ich über die kommenden ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre nach und nach einen ähnlichen Aufbau erreiche. Nicht mit denselben Titeln, aber halt mit dieser Fokussierung, was die Investments angeht. Dann würde ich euch gerne noch die Asset Allocation zeigen, weil da ist es natürlich so, dass wir immer so diese 60% in Einzelaktien drin haben, sowie auch ungefähr 25% in ETFs, abhängig von den Kursen. Und aktuell auch immer diese 5, jetzt mittlerweile sogar 5,5% in Rohstoffe. Das kommt immer sehr darauf an, wie gerade die Börse steht. Ich habe hier wohl gemerkt, auch wieder wie immer natürlich diesen Monat, ja, den automatischen Gold-Sparplan. Hier habe ich mittlerweile auch schon einiges an Gold zusammen gesammelt, wenn man das so sagen kann. Das sind jetzt 25,9 Gramm, die ich über den Gold-Sparplan oder das Gold-Abo bei Filoro habe. Dann habe ich gerade aktuell auch noch einige Gold-Frenelis nachgekauft, wieder mal. Und wir sind jetzt hier bei 17,1 Unzen. Und ich habe mir eine weitere Tube Silber geholt. Hier muss man ganz klar sagen, auch wieder Maple Leafs, für die, die es interessiert. Das sind immer 25 Stück in der ganzen Tube. Die kommen direkt frisch aus der Mint. Und das Ding ist bei Silber, Ihr seht, ich habe zum Beispiel 1.498 Franken ausgegeben für dieses Silber, was gerade aktuell an der Börse gehandelt. Also der Spot-Preis ist bei 1.157 Franken. Das heißt, ich habe einen Verlust von 340 Franken. Hier sind die Mehrwertsteuer drin von 7,7 Prozent, die ich so gesehen als Verlust habe. Und natürlich auch, weil das physische Silber eine mehr oder weniger Prägungskosten hat, man einen Aufpreis zahlt. Und da bin ich eigentlich direkt einmal mal 22 Prozent im Minus. Das ist korrekt. Allerdings, wenn ich jetzt dieses Silber verkaufen würde direkt, dann kriege ich doch noch mal etwas mehr in der Regel als Spot-Price. Aber auch trotzdem bin ich dann wahrscheinlich noch bei 18 Prozent oder irgendwas in dem Bereich an Verlust. Das Ding ist hier an dieser Stelle, für mich ist das alles natürlich ein langfristiger Bet und auch nicht unbedingt nur Renditewillen, warum ich in Rohstoffen investiert bin, sondern für mich ist das die Absicherung der Absicherung der Absicherung. Und es hört sich zwar komisch an, aber ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo man mit Silber vielleicht ein Stück Brot kauft. Das ist übertrieben. Natürlich wird das wahrscheinlich nicht dazu kommen. Aber falls es dazu kommt, bin ich eine Person, die natürlich dieses Silber hat. Und jetzt sagt sich der eine, ja aber Thomas, was machst du denn, wenn du bedroht wirst? Und dann bringt dir dein Silber ja auch nichts mehr. Das wird dir einfach aus der Hand gerissen. Natürlich, aber da kann man natürlich seinen Gedanken weiterspinnen. Wenn man bedroht wird, kann man sich schützen. Da gibt es viele verschiedene Methoden. Und ich will da nicht zu ins Detail reingehen, aber es sollte klar auf der Hand liegen, was es da für Möglichkeiten gibt, selbst in der Schweiz. Was übrigens auch eines der Länder ist, das auch immer noch die Wehrpflicht hat. Und man muss dann halt auch verstehen, Länder, die die Wehrpflicht haben, da wird tatsächlich auch bei den Bürgern in der Regel, und da habe ich auch Statistiken noch im Kopf, irgendwie jeder zweite Haushalt hat zum Beispiel eine Waffe zu Hause. Das ist meistens natürlich das Sturmgewehr und so weiter. Also da hast du halt wirklich viele Punkte, wo ich einfach sagen muss, die Realität sieht dann hier zum Beispiel in der Schweiz für den einzelnen Bürger, für die einzelne Familie noch relativ sicher aus, sogar im Ernst-Szenario. Aber auch insgesamt, wenn wir auf das Portfolio gucken, oder die Performance auch gucken, es ist wirklich so, dass wir gerade uns, und da habe ich auch schon vor kurzem wieder ein Video gemacht und auch andere Videos mir angeguckt, ja, vielleicht einen Bärenmarkt wieder voraus haben. Das ist halt immer wieder so der Punkt, man weiß nie so genau, was in der Börse passiert. Aber auch hier, ich habe jetzt alleine diesen Monat einen Delta, also einen Verlust von 17.218 Franken gemacht. Das heißt, wäre die Börse nicht um 2,9% oder mein Portfolio nicht um 2,9% gesunken, wäre mein Portfolio bei knapp 600.000 Schweizer Franken. Das heißt, aktuell wieder die Börse spielt gegen uns und nicht mit uns oder eben für uns. Und das sind eben wieder alles Dinge, die eben an der Börse passieren können oder passieren kann und man weiß halt eben nicht, was an der Börse passiert. Und das sieht man auch hier schön in diesem Diagramm. Gibt es eine Endjahresrallye? Ja oder nein? Wenn ja, dann kriegen wir locker 600.000, 650.000, vielleicht auch 700.000 hin. Die 800.000 werden so oder so schwer. Gibt es keine Börsenrallye, kann es gut auch möglich sein, dass wir wieder auf 500.000 oder da runterfallen. Wir waren schon auch auf deutlich unter 500.000 und bei fast 400.000, bei 420.000, 430.000. Das war tatsächlich Ende letzten Jahres. Also aktuell ist wirklich nicht erkennbar, was an der Börse so passieren kann die letzten zwei Jahre. Da sind einfach zu viele Komponenten da, wo man einfach nicht weiß, was soll passieren, was kann passieren und es ist einfach viel Ungewissheit im Raum. Das Einzige, was wir an Gewissheit im Raum haben, ist natürlich unser Cashflow und auch hier natürlich mit einem Grain of Salt. Wir wissen natürlich nie exakt, wie viel an Einkommen wir generieren können mit unseren Portfolien, aber auch hier haben wir ordentlich was an Dividenden und Zinsen und natürlich auch Optionsprämien einkassiert. Etwas weniger als letztes Jahr. Das liegt daran, dass ich letztes Jahr gut doppelt so viele Optionsprämien einkassiert habe im August, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir trotzdem noch stabil 832 Franken an Cashflow einkassiert haben, stand aktuell. Und das ist wirklich immer eine ordentliche Summe. Wenn wir uns auch mal das Jahr angucken, sind wir knapp bei 10.000, das heißt spätestens im September, Ende August, haben wir die 10.000 mehr oder weniger voll. Und das Ziel eben, ungefähr auf die 16k zu kommen brutto, sollte durchaus immer noch im Rahmen des Möglichen sein, auch mit den Steuerrückzahlungen und Co. Denn das zählt natürlich auch mehr oder weniger als Cashflow, weil das sind Verrechnungssteuer, die ich halt entsprechend zurückerstattet bekomme. Also ihr seht, insgesamt an der Börse ist es eine sehr turbulente Zeit. Auch in meinem Portfolio widerspiegelt sich das und wahrscheinlich auch in eurem Portfolio zu Hause. Aber wichtig ist, dass man langfristig dran bleibt, langfristig investiert und hier nach und nach seine Strategie verfeinert, anpasst und halt eben gegeben den Situationen das Beste entsprechend draus macht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, dieses Format an Portfolio oder Market News Update würde ich gerne wöchentlich mit euch gemeinsam durchführen und immer wieder auf die aktuellen Themen, auf aktuelle Aktien eingehen, die ich entweder im Portfolio habe oder gar nicht im Portfolio habe und einfach über den Markt sprechen und gleichzeitig natürlich so ein bisschen einen Einblick in mein Portfolio geben, was gerade so passiert. Wenn dieses Format euch mehr gefällt oder auch diese Regelmäßigkeit, dass wir eine Wöchentlichkeit hier reinbekommen, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr sonst noch für Ideen habt, was ich in dieses Format einbauen kann. Würde mich an dieser Stelle natürlich extrem interessieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten dieser Videos und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, Ciao!